Deutschland ist ein strategisch wichtiger Punkt von Herbert Smith Freehills weltweit. Wir sind seit 2013 in Deutschland, wir in Frankfurt und Berlin und in Düsseldorf präsent. Knapp drei Jahre später sind wir relativ stark gewachsen und haben da einfach ein riesengroßes Netzwerk. Ich habe Herbert Smith Freehills ausgesucht, weil sie eine große internationale Kanzlei sind, die in Deutschland erst relativ frisch gestartet hat. Alle Kollegen dasselbe Ziel haben und das Ziel ist, Herbert Smith Freehills am deutschen Markt zu etablieren. Herbert Smith Freehills hat vor allem im Bereich Litigation und Arbitration weltweit einen sehr großen Namen. Es ist eine Kanzlei, die im Bereich Dispute sehr stark ist. Sondern eben auch Kartellrecht und Regulierungsrecht und CCI. Wir können mittlerweile Full Service anbieten, alle Rechtsbereiche. Was mich bei der Arbeit täglich inspiriert, ist die Mischung aus den internationalen Mandaten, die wir haben. Man ist jeden Tag neuen Herausforderungen ausgesetzt, muss jeden Tag sich auf neue Rahmenbedingungen einstellen und das macht einfach Spaß. Die Mitarbeiter und Kollegen arbeiten sehr konzentriert auf sehr hohem Niveau. Man hat mit Leuten zu tun, die in ihrem Fachbereich absolute Spitze sind. Bei uns im Büro, wenn man Ideen hat, dann heißt es einfach, ja, machen Sie. Tolles Team, klasse Atmosphäre, super Wachstumsdruck. Tolles Team, klasse Atmosphäre, super Wachstumsdruck. Vielen Dank.